Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht schon heute ein bisschen anders und zwar habe ich heute mal was anderes vor. Und zwar, ich zeige euch das gleich mal. Jetzt seht ihr hier so ein bisschen mein Zimmer. Es ist nicht aufgeräumt. Und zwar habe ich bei der die Caddy Mrs. Vlog etwas gesehen und das hat mir wahnsinnig gefallen. Und zwar hat sie mit Revy zusammen diesen Elektroschockball benutzt und hat daraus eine Challenge gemacht. Und ich möchte mit diesem Bällchen hier, ihr seht schon, hier sind die ganzen Magnetfelder, möchte ich den Ralf pranken. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es funktioniert. Ich werde ihm erzählen, dass das ein Massageball ist und dass er den mal anschalten soll und mir sagen soll, ob das funktioniert. Quasi, dass er die Produkttest-Ding macht. Einfach für euch jetzt als Vorab-Info. Ja, deswegen ist das Licht jetzt auch ein bisschen schlecht. Ich zeige euch das mein ganz normales Minder-Monster-Kochel hier. Und, ähm, ja. Ich hoffe, er fällt drauf rein. Ich habe auf jeden Fall für euch am Ende des Videos noch eine Verlosung, denn es ist Weihnachten. Und ich möchte euch natürlich auch was zurückgeben. Ich hoffe nur, dass das Licht einigermaßen funktioniert. Ähm, und zwar habe ich für euch die Cherine David Geschenkbox. Und zwar ist das einmal das Parfüm und eine Bodylotion. Und das könnt ihr am Ende des Videos gewinnen. Bleibt einfach bis zum Ende des Videos dran und dann erkläre ich euch, wie ihr das alles gewinnen könnt. Und, ja, ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal den Ralf zu pranken. Drück mir die Daumen. Was machst du jetzt? Was machst du denn? Ralf. 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 Fangen mal an. Läh. Läh. Was denn? Das ist ein Passageball. Ja, ja, das ist ein Schockerball. Ich hab Garth. Du just.��ch crieướngstlich. Nee, dasolate steigern. Wirklich? Re Guinness. Nein. Nein, nein. Ja? Ja, nein, nein. Nein, woher ist denn? Nehm ich noch kurz das Ding ab? Nehm es richtig in die Hand. Oh, nee. Broch. Meinst du predictiert? Nein, ist richtig stagniert. Wausch jetzt. Hahaha. Lässt denn richtig in die Hand. Lauf. Fangen nicht in die Hand. Das ist so ein bisschen. Und wir attackieren. Oh mein Gott. Was? Was? Ich habe auch schnittige Hände und das aufhören mir gefahren. Was? Was ist das auf dem Kopf? Nein, nein, nein. Du hast auch zu beruhigen. Aus zu beruhigen. Weil ich so beruhig bin. Ja, aber ich hab's beim Blutgesicht. Komm, Ralf, nimm's nochmal in die Hand. Das sollen nämlich unterschiedliche Stöße sein. Komm. Das war die kleine Stufe. Das war Stufe 1. Ich hab besser eigentlich mit so einem komischen Spiel. Ey, komm. Komm. Nimm's in die Hand. Ich hab Angst. Nimmst du in die Hand? Ich hab's nur gekauft, um dich zu pranken. Wow, total toller. Ja. Aber er kann doch nicht aushören, gell? Dann gibts mal nen Papa. Ich will wissen nochmal aus dem starken Schock. Wieso, äh... Wieso, äh... Wieso, äh... Wo sagt man denn aus? Ralf, sag ich's immer zu, hast du Spaß gemacht. Wirst'n sehen? Das ist schon eine gescheuert. Sein jungen Bräuch. Ich würd' sagen, das hat halbwegs funktioniert. So, wenn du den Finger auf Wurscht und komm hier. Äh... Also es ist mittlerweile aus. Geweck, geweck! Geweck! Weg! Auf jeden Fall! Ralf, ich mach hier ein Video. Äh... Und ich lieg am Boden. Ja, also auf jeden Fall, ihr könnt noch was gewinnen. Äh, hab ich euch am Anfang schon gehört. Ich muss auch passen, dass ich das Kind nicht dauernd drin hab. Äh, ja genau. Äh, dafür müsst ihr Abonnenten meines Kanals sein. in den Kommentar da lassen. Und dann seid ihr auch schon dabei. Was? Was ist da? Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also ich fand's sehr witzig. Aua! Auch Schwein. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir sehen uns dann nächstes Mal bei einem neuen Video. Ja, den hat Yasmin und den bleibt auch bei der Yasmin. Genau. Und...